Die allermeisten Präsentationen sind schlichtweg langweilig. Gut, das sehen die Präsentierenden selbst jetzt nicht immer so, aber aus Sicht der Zuhörer sind 97% aller Präsentationen nicht spannend genug, um permanent aufmerksam zu sein. Wie wollen Sie also die Menschen überzeugen, wenn sie ihnen nicht mal zuhören? Nein. Präsentationen werden von vielen als lästiges Übel gesehen. Muss man auch machen. Und entsprechend werden sie vorbereitet. Oft wird nur der Inhalt in eine PowerPoint-Folie gehackt und dann steht der Präsentierende vor seinen Folien und liest sie den Zuhörern zu. Das ist keine Präsentation. Präsentationen sind viel wichtiger, als viele sich bewusst sind. In Präsentationen werden Weichen gestellt, werden Entscheidungen herbeigeführt. Sie entscheiden damit über den Erfolg ihrer Aufgabe, ihres Projektes, ihres Teams, ihrer Abteilung, ihres Unternehmens, ihres Produkts und letztendlich natürlich auch über ihren eigenen, ganz persönlichen Erfolg. Vor allem, wenn Sie daran interessiert sind, Karriere zu machen, erfolgreich zu werden oder vielleicht sind Sie auch schon entsprechend in einer Position, dann ist es ganz besonders wichtig, denn dann gehört es zu Ihren Aufgaben, Menschen zu begeistern, Menschen zu überzeugen, Menschen zu gewinnen, Menschen zu motivieren und zu inspirieren und letztendlich Menschen zu führen. Und Präsentationen sind eines der kommunikativen Mittel, besonders bei großen Gruppen, die Menschen zu gewinnen, zu überzeugen, zu motivieren. Wenn Sie also Ihre Präsentation auf ein höheres Level bringen wollen, dann sind Sie bei diesem Seminar Presensation Intensive richtig. In diesem Seminar geht es darum, dass Sie die richtige Struktur finden, mit der Sie Ihre Präsentation gut rüberbringen können, gut gestalten können, gut formen können. Ich zeige Ihnen, welche Elemente unbedingt in Ihre Präsentation hineingehören, die Sie vielleicht bisher noch gar nicht auf dem Radar hatten. Und auf der anderen Seite, welche Elemente nichts drin verloren haben, auf welche Sie verzichten sollten oder vielleicht sogar müssen. Wir werden uns anschauen, wie man eine Präsentation effizient vorbereitet und trotzdem ein sehr gutes Ergebnis hat, vielleicht sogar ein deutlich besseres Ergebnis hat, wie Sie also konkret Zeit sparen können. Wir schauen uns an, wie es mit Ihrem Lampenfieber aussieht, mit Ihrer Anspannung, Nervosität, Aufregung. Vielleicht haben Sie ja keines und gehören zu den 3% der Glücklichen, die da kein Problem damit haben. Aber die meisten Menschen leiden unter Lampenfieber. Wenn Sie allerdings über Lampenfieber Ihre Emotionen spüren, dann wird kein Platz mehr sein für Emotionen wie Begeisterung, Überzeugungskraft oder all das, was Sie eben zu Ihren Teilnehmern transportieren wollen. Man wird auch Ihr Lampenfieber sehen und spüren. Und ja, es gibt wirklich wirkungsvolle Techniken gegen Lampenfieber, auf allen Ebenen, auf der körperlichen, auf der mentalen, auf der unbewussten Ebene. Und ich habe eine ganze Menge Techniken für Sie, da ist auch die richtige für Sie dabei. Und natürlich geht es dann auch um Ihren Auftritt, um Ihre Körpersprache. Da gehört auch dazu Ihre Stimme, Ihre Sprechweise, Ihre Wortwahl, Ihr Erscheinungsbild letztendlich, vor allem aber Ihre Körpersprache selbst. Und da kann man vieles falsch machen und da gibt es ein paar Tipps, wie Sie die besser machen können. Aber nicht nur ein paar Tipps, die ich Ihnen erzähle, sondern ich zeige Ihnen ganz konkret, wie Sie Ihre eigene Körpersprache spielerisch so trainieren können, dass Sie souveräner wirken, dass Sie überzeugender wirken und dass Sie bei den Menschen besser ankommen. Und zwar übrigens nebenbei gesagt, nicht nur beim Präsentieren, sondern in jeder Lebenssituation. Und im Seminar Presensation Intensiv geht es auch ganz besonders um Spannungstechniken. Techniken, wie ich sie von Sir Alfred Hitchcock gelernt habe. Seine Techniken wie Suspense, Surprise, Tension und andere. Wie baut man eine spannende Dramaturgie, wie sie im Film und in der Literatur verwendet werden, in eine seriöse Business-Präsentation ein, um so die Teilnehmer zu fesseln, und sie letztendlich zu überzeugen und dazu zu gewinnen, was Sie bei den Teilnehmern erreichen möchten. Wenn Sie also Ihre Präsentationen und Ihre Präsentationsperformance Lampweber Körpersprache optimieren wollen, dann entscheiden Sie sich jetzt für Presentation Intensive und seien Sie dabei als Teilnehmer. Ich freue mich auf Sie als mein Teilnehmer im Seminar. Ihr Michael Mösslang, der Hitchcock der Präsentation.